Heute stellen wir euch das wettbewerbsfreie Angebot, kurz WBFA, vor. Es ist ein fester Bestandteil von Special Olympics. Bei Veranstaltungen wird es über die gesamte Zeit hinweg angeboten. Es gibt viele verschiedene Stationen. Für jede erfolgreich absolvierte Station bekommst du einen Stempel auf deiner Laufkarte. Sobald du einige Stempel gesammelt hast, wirst du geehrt. Es gibt drei Säulen. Bewegung, Wahrnehmung und den sozial-emotionalen Bereich. Man lernt seinen eigenen Körper gut kennen. Man lernt aber auch neue Bewegungen. Und man löst gemeinsam Aufgaben. Es gibt unendlich viele Stationen und Sachen, die man ausprobieren kann. Zum Beispiel Sport-Uno. Formen legen. Zeitungsgolf. Riesenmemory. Und Boccia für jedermann. Es ist ein Mittwochangebot, bei dem alle teilnehmen können. Das ist ein Mittwochangebot, bei dem alle teilnehmen können. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.